Sofie! Fienix! Maja! Schimmer, Schimmer, Schimmer in den Augen. Ja, und dann dürfen die alle wissen, wie hart das Bett ist. Ach, ich hab ja was für dich! Die Schöpfchen hat es gebacken! Guck mal! Ihr besonderes Walnussbrot! Du solltest es probieren! Hm, Tante Becky hat das für mich gebacken? Danke, Maja! Wir holen dich bald nach Hause, dann können wir alle zusammen Frau Beckys frisches Brot essen. Denn das hier ist schon ein Brett ab! Damit könnte man glatt, äh, Holztüren einschmeißen. Genau, damit könnte man glatt, äh, Holz zerbrechen. Ja, das wäre toll. Ja. Ja, das wäre toll. Wir kriegen dich hier raus, also mach dir keinen Kopf, Sophie. Du hast ja schon einen. Aber willst du das wirklich machen? Was sagst du da, Sophie? Willst du mich wirklich weiterhin verteidigen, Phoenix? Auf jeden Fall, dass du überhaupt fragst. Ihr wisst doch beide, was mir vorgeworfen wird, nicht wahr? Klar wissen wir das. Sie beschuldigen dich, Veganer zu sein. Die Quelle... Das behalten wir so. Vielleicht kommen da noch ein paar lustige Sachen bei raus. Und alles wegen Hugo. Genau. Zu viel davon kann schädlich sein. Offensichtlich. Hugo ist auch ein alkoholisches Getränk. Ich würde keinen... Ach so, dieser Hugo! Ich dachte jetzt, der Hugo, den du gestern in die Kamera gehalten hast. Nee, nee, der nicht. Moment. Hab ich einen in die Kamera gehalten? Ja. Als wir zum letzten Level kamen. Und der Boss kam. Ah, den Hugo. Ja, okay. Ja, stimmt. 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 Ah. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, ja. Für alle, die es nicht gesehen haben... Nein, keine Schleichwerbung. Es lohnt sich auch nicht anzuschauen. Es lohnt sich auch nicht anzuschauen. Genau. Ähm. Genau. Und jeder, der so einen Verdächtigen verteidigt, gerät selbst auch unter Verdacht. Es ist wahrscheinlich, dass die Leute dich kritisieren und dich leiden sehen wollen. Nur meinetwegen. Ich kann dich nicht darum bitten, mich zu verteidigen. Du sollst doch nicht meinetwegen leiden. Hör zu, Sophie. Wir leiden schon darunter, dich hier im Gefängnis sitzen zu sehen. Also stirb oder... Nein. Ähm. Das bedeutet leiden. Äh, das bedeutet leiden für uns. Wie kommst du darauf, dass wir einfach herumstehen und Däumchen drehen könnten? Phoenix. Phoenix. Sophie. Maya. Luke. Aber der Professor. Achso. Ach, so langsam verstehe ich, was du meinst. Du bist bestimmt besorgt, dass Nick es mit seiner üblichen Tollpatschigkeit versaut. Hä? Mach dir darüber mal keinen Kopf. Herr Leighton und Luke sind ja auch auf unserer Seite. Äh, nein, nein, nein. Das meinte ich nicht. Das würde ich nicht einmal denken. Phoenix, du warst... Oh Gott. Wann sagt man solch einen Satz? Achso, Moment. Sie hat... Ah, er hat sie ja rausgehauen. Stimmt. Upsi. Nein, Moment. Eigentlich war, äh, Leighton derjenige, der sie rausgehauen hat. Also, okay. Dieser Satz ist falsch zu verstehen. Phoenix, du warst... Einfach unglaublich. Wenn ich jetzt noch dran denke, dann möchte ich dich auf dieses harte Bett hinter mir erinnern. Du und Herr Leighton bei Gericht. Das war wie Magie. Gut, damit ist die Sache klar. Du bist lecker. Verdrennst du. Gut, damit ist die Sache klar, Sophie. Und mach dir keine Sorgen. Wir sind für dich da und kämpfen bis zum bitteren Ende. Wir beide, der Professor und Luke. Äh, achso, ja. Ich dachte jetzt. Ja, Phoenix hat eine Persönlichkeitsstimmung. Er nennt sie in der dritten Person und denkt, er ist der Professor. Und Luke. Und Luke. Achso. Achso, er redet nur von sich selbst, aber im Grunde in der Mehrzahl und in der dritten Person. Und in der falschen Person. Ja. Naja. Wir arbeiten in dieser Sache alle zusammen. Wir lassen dich nicht hängen. Und brennen auch nicht. Nee. Was ist los, Sophie? Es ist nur die einzige, die je so nett zu mir war. Ist Tante Becky. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hm. Da fällt mir ein. Tante Becky. Gab's das nicht auch bei Balou und die tollkühne Crew? Hup. Also ne Tante war das nicht, aber Becky gab's da. Ja, ja. Hatte die vielleicht auch irgendwelche Nichten-Neffen, die sie Tante genannt hat? Irgendwann in irgendeiner Folge vielleicht mal. Vielleicht war sie auch ne Tante und ich weiß es nicht mehr. Nein, nein, nein. Also auf jeden Fall, sie hatte ne Tochter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. So cool. Nein. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Junge hieß, der bei Balou immer dabei war. Oh, stimmt. Mhm. Und der Rest ist eigentlich aus dem Dschungelbuch entlehnt gewesen. Na okay, Becky war ja eigentlich Rebecca Cunningham. Woher ich das noch weiß, keine Ahnung. Und der Laden hieß höher und höher. Ich hab da was gehört. Weiß ich nicht mehr. Ja, das war mein Handy. Ah, ah. Ja, ja, das klang auch so. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer, dass du unglaublich bist, Phoenix. Sophie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Also dafür, dass alle nicht wissen, was oder wie sie was sagen sollen, sagen sie aber sehr viel. Ja, aber ich sag's trotzdem. Anscheinend distanzieren sich die Leute aus der Stadt von dir. Als ob sie aus irgendeinem Grund Angst vor dir hätten. Ja, ich kann nicht glauben, dass sie so ein süßes Mädchen wie dich für die große Hexe veganer halten könnten. Sophie, wir haben von Großinquisitorin Gloria gehört. Dass es einen... Dafür gibt, dass die Leute dir gegenüber so misstrauisch sind. Wenn du damit einverstanden bist, würden wir diesen Grund gern von dir hören. Den Grund dafür, dass die Leute dich verdächtigen und so distanziert sind. Warum bewegst du meine Maus? Entschuldigung, ich hab ja gesehen, dass sie da ist, deswegen hab ich sie weg. Achso, okay. War die mitten im Bild? Ich hoffe nicht. Jetzt ist sie mitten im Bild. Hallo. Mach es weg, mach es weg. In Ordnung. Ich hatte wohl nie Gelegenheit, es richtig zu erklären. Aber ich bin die große Hexe veganer. Es stimmt, dass die Leute aus der Stadt mich betrachten. Und der Grund dafür ist, dass ich... Jetzt bin ich gespannt. Und abzuleiten. Cliffhanger. Jetzt bin ich nicht mehr gespannt. Bei der Bibliothek angekommen. Jetzt bin ich nicht mehr gespannt. Hey Luke, hattest du nicht auch das Gefühl, dass jemand... Oder... Hattest du nicht auch das Gefühl, als ob jemand sich für dich ausgegeben hätte an irgendeinem anderen Ort? Oder eher für uns beide? Ähm. Und der Ort... Du hast deinen Satz übersprungen. Das war deiner. Achso. Ja, den habe ich vorgelesen. Mir war so, als wäre da einer dazwischen gewesen. Nein, ich glaube nicht. Okay. Und der Ort, an dem der Schöpfer auf uns wartet, liegt östlich von hier, nicht wahr? Alles liegt immer östlich. Hm. Naja, natürlich. Naja, natürlich. Je weiter sie östlich gehen, desto mehr kommen sie auch westlich hin. Stimmt. Ähm. Richtig. Die Aussage des Ritters... Äh. Der Aussage des Ritters zufolge befindet sich das Audienzzimmer hinter dem Wachposten. Ich frage mich, worüber der Gründer von Labyrinth ja mit Ihnen sprechen möchte, Herr Professor. Hm. Es ist noch zu früh für Mutmaßungen, Luke, aber worum es auch gehen mag, ich habe ebenfalls einige Fragen an ihn. Wir sollten dankbar sein, dass sich diese Gelegenheit so schnell bietet. Selbst wenn sie Teil einer Intrige sein sollte. Gehen wir, Herr Professor. Auf zum Audienz. Mir fällt gerade auf, das steht ja nie, Herr Professor. Ich sage das immer nur so. Ah. Neuer Ort auf der Karte bewachtes Tor. Der Professor und Luke beschließen. Was ist da? Er berinnt ja schon Klippen und Heldern und Rinken. Da fahre es nichts als Nebel zu erkennen. In diesem dichten Nebel kann man nicht besonders weit sehen. Nein! Dichter Nebel. Jetzt wurde bekannt, dass man daran nicht weit sehen kann. Erkennst du diesen Gedichtband von ihm? Der ist toll. Ja, ja, ja. Also dieser bekannte Poet. Der hieß, glaube ich, Dichter Nebel, ne? Dichter Nebel zieht über das Land. Oh, endlich kommt mal Prominenz. Dieser mysteriöse Ort, so wie der angrenzende Walddecken, von dichten Nebel eingehüllt. Ja, das hat er, glaube ich, beim ersten Mal schon irgendwie so gesagt. Nur anders. Ah, da ist ja schon wieder... Witzel. Ja, ich glaube, hier ist keins. Okay. Na, ihr seid wie Gentleman von gestern. Ihr seid wie Gentleman von gestern. Ach, der Typ heißt Roman. Hatten wir darüber schon geredet? Stimmt. Ja. Er kommt mir so bekannt vor. Na, also ich weiß, dass wir ihn schon mal gesehen haben, ja, aber ich wusste gar nicht, dass er Roman heißt. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich, ja. Hallo, Roman. Wie? Ihr erinnert euch sogar an meinen Namen? Ja, der steht ja auch da. Sonst hätte ich das nicht gewusst. Vor allem nach anderthalb Jahren weiß der Professor das noch. Ja, dafür sind Speicherstände gut. Der Professor hat auch einen Speicherstand. Sag, seid ihr immer so ruhig und gefasst? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bitte beruhigt euch, sonst lasst ihr noch die Bücher fallen. Oh, 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 oh. Es hat mich zuerst wirklich immer verscht, als ihr das lieber Magie ausgeliehen habt. Wie haben wir das denn ausgesprochen? Magie. Lieber Magie. Als Knorr. Ja. Scheinpilzcremesuppe von Magiemeisterklasse. Richtig. Das machen wir mal wieder. Oh Mann, das hatte ich ja fast vergessen. Das war so schön. Okay. Ah, übrigens, ich habe letztens in der Werbung wieder was gesehen. Ich glaube, das war wirklich von Knorr. Da gibt es wirklich eine Cremesuppe. Ja, sicher gibt es die. Nein, aber ich meine, ich habe auf YouTube ja mal geguckt und da habe ich eine ganz alte Werbung gefunden, aus der ich das gebastelt habe. Aber jetzt gibt es eine neue Werbung mit Cremesuppe. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Vielleicht schneide ich das dann daraus auch nochmal richtig zusammen. Okay. Obwohl, das hat so zusammengepasst, ne? Also von den Stimmen her auch. Das hat man fast gar nicht gemerkt, dass sich das ändert. Okay, aber wir können das leider nicht abspielen, denn wir haben gerade die Sounds nicht. Wir brauchen die nicht. Ich müsste die noch haben sogar. Ja, ja. Na, ich habe die auch irgendwo, aber ich kann sie gerade nicht aufrufen. Ich kann das machen für dich. Warte mal, ich habe ja deine Maus. Nein, lass mal. Machen wir weiter erst mal. Das können wir in der nächsten Aufnahme mal uns überlegen. Doch ist dann an jemanden zu verleihen, der in einer Bäckerei arbeitet. Aber der Professor hat die Erlaubnis bekommen, also ist das doch kein Problem, oder? Ich glaube nicht. Und ohne das lieber Magel wäre schon eine Unschuldige verurteilt worden. Nun ja, das mag sein. Meines Erachtens sollte Herr Wright, äh, Mr. Wright, äh, das ist echt schwierig. Wir sollten uns auf was einigen. Ja, eigentlich, ich glaube, hier ist Herr besser angebracht. Okay. Weil, äh, das ist alles so altertümlich und Professor Layton ist ein Gentleman und, und ich glaube nicht, dass irgendein Gerichtstyp, äh, der auch eher so mittelalterlich angehaucht ist, äh, ja. Den Typen Mr. Wright nennt. Hm. Wobei, ja. Okay, nehmen wir, Herr. Herr. Äh, meines Erachtens sollte Herr Wright, äh, selbst sehr wohl in der Lage sein, Fräulein Büchners Rätsel zu lösen. Ich bin mir dessen sogar ziemlich sicher. Sein Auftritt im Gericht hat mich gestern wirklich überrascht. Jeder in der Stadt spricht darüber. Und ein Blick davor haben wir erlebt, dass jemand, der als Hexe, äh, angeklagt wurde, und vor Gericht für unschuldig befunden wurde. Tatsächlich. In der Tat. Da frage ich mich, ob die Leute, da frage ich mich, ob die Leute, die bisher ins Feuer geschickt wurden, In welches Feuer? In das kleine Feuer? Das Klammerfeuer. Nein, in das kleine Feuer, in das mittlere Feuer, das große Feuer oder das gigantomanische Feuer. Da war ja was. Ja, wenn man so zurückblickt, es kommen ganz viele alte Erinnerungen hoch. Wirklich alle Hexen waren. Rede bitte nicht zu unbedacht. Man kann nicht einfach herumlaufen und so etwas sagen, sonst sieht man den Zorn der Ritter auf sich. Okay, der hat uns jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Und hier auch kein Rätsel. Okay. Alright. Ich binHein. Ich bin gut. Ich bin egal.